und damit ganz herzlich willkommen begrüße ich euch ja zu einem sehr sehr neuen video und es ist soweit ich habe hier meine video in der hand und möchte euch einfach mal bevor man das ist eigentlich lp starten den oder mein wie mit you menü zeigen als nämlich dass mir wird das video menü so haben wir einmal hier nur mal post you make all schon was zuvor ist und dann haben wir mit nach jubel und fifa 13 was ich mir extra noch mal heruntergeladen habe so ja also spiel ist das neue projekt starten ich finde einfach nur die videos klasse ihr solltet sie wirklich alle wirklich auch einfach mal selber in euren händen haben kaufen wie auch immer es ist einfach nur ein ultra geiles erlebnis vor allem der bildschirm hier auf diesem tablet kontrolle das ist das geilste was ich gesehen habe alles so und dann werden das ganze einfach mal starten wer da war so mein tun ja ein bisschen runterfahren so ok dann starten wir mal das schöne ding und let's go dann machen wir mal so gut da haben wir news über mario platz juhu da 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 sehr schön ah das ist so geil freut mich schon übel das spiel zu spielen ich werde das spiel wirklich zu 100%ig durchspielen versuchen zumindest und alles weitere werde dann natürlich noch sehen so bei mir steht zum beispiel drücke 2 ja aber wir werden natürlich nicht die zwei tröcke dann haben wir alles auf den touchscreen so was können wir auswählen abenteuer modus 1 2 3 und alles neu herausforderung schnell spiel münzenjagd sehr schönes spot passes an und wir können auch wieder zurück zum titelbildschirm kommen gut dann weh nein nein so schlechte neue version und ich möchte nur als ein spieler per dings wird spielen also per gamepad ja so vielen dank und jetzt legen wir mal los ok das war natürlich klar erstmal wieder ist und die ganze kuba bruderschaft ist natürlich mit wenn wir natürlich mal wieder entführen die prinzesse ok bämm hohoho hoho und oh alter nix schlechter spächt und nun natürlich ab zum schloss damit wir schnell noch die peach retten können weil die bösen halbungen die angreifen und das schloss vernichten wollen ja auch ich bin übelst aufgeregt deswegen bin ich jetzt so nervös aber wie auch immer so ok wir haben eine schneewelt wir haben eine pflanzenwelt eine wasserwelt eine wüstenwelt und ja was ist das ok und da kommt unser kleiner mario ja und was auch sehr schön in diesem spiel ist jede welt hat ihren eigenen namen das habt ihr noch nicht gesehen aber welcher sind habe ich schon mal voraus irgendwie bei amerikanischen schwellern gesehen guck mal jetzt eichenhain ja wir spielen jetzt overture im eichenhain ok spring mal mit den schoistik laufen wir und da kommt ein pilz ok eigentlich wie ganz normal classic ok ja ja tut 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 ok mit Y und an oh sehr schön aber was sehr ungewohnt ist ist so ein breites ding in meiner hand das ist natürlich ok was haben wir hier noch eine röhre aber die kommen auch nicht rein Und hier. Oh, okay. Oh, nichts. Und Hapsada. Yeah. Oh, ein neues Item. Okay. Ach so, jetzt muss ich so flackern. Ich will nicht, dass man die Störung gewinnt. Ach, nö. Wie soll ich jetzt noch die Starcoin kriegen? Yes. Wow, super. Gut, dann machen wir das jetzt mal ein bisschen schneller. Das ist aber ein bisschen aufwendig, aber das sollte auch gehen. So, zack. Ah ja, und dann noch eine Starcoin. Sehr gut versteckt, finde ich. Aber gut. Zack. Und weee. Tobi war wieder so dumm. So dumm war der dumm, dumm. Egal, also. Da werden wir unsere D-Bulles nicht mehr bekommen. Na, egal. So, vielleicht geht es mal wieder zu Ende. Das Schöne ist aber, wir können es auch jetzt auch an Wänden festhalten. Das zeigt uns immer diese kleine Flöger-Maus hier. Das zeige ich jetzt mal. Ich glaube, hier kriegt man uns in unseren... Nee, erst mal ein Pilz. Ich gehe nochmal kurz zurück, ja. Und wir dann nochmal hier in die Röhre rein. So, gucken wir mal, ob man hier jetzt alles wieder neu ist. Ach, nö, immer noch so. Ah, okay. Stimmt. So, warte mal. Ich werde mal die Münzebücher noch oben haben. Ja. Yes. Und jetzt rüber. Hey. Und zack. Also, Leute, es ist überhaupt geil. Ich schaue jetzt gar nicht auf dem Fernseher. Sondern ich schaue auf mein Gamepad. Das ist schon eine geile Sache, ehrlich. Nintendo. Respect, Nintendo. Oh, ich habe unsere Flutter-Maps. Und du bist tot. Ach, nö. Du dummer, dummer P-Boy. Ich töte dich jetzt, du. Okay. Was ist das hier? Secret. Oh, ich bin der Anfänger. Das merkt man wirklich. Aber, ich habe dann wirklich nur so mal Postmark gespielt. Aber, das wird sich ändern, Leute. In den Lauf des Spiels. Wird es immer schneller wieder gehen. Komm her. Nein. Ja. Ey. Wollen wir jetzt mal machen. Schatz, ich kann jetzt irgendwie... Nee. Mit dem neuen Anzug als Flutter-Maus oder wie auch immer man das jetzt nennen will, können wir nämlich leider nicht mehr angreifen. Also, so wie Tanuki jetzt mit dem Schwanzweseln. Also, wir können natürlich immer noch auf welche Gegner springen. Aber, das habt ihr jetzt gerade gesehen. Das gab es nämlich vorher noch nie. Und zwar, dass wir das hier machen können. Warte. An irgendwelchen Wänden festhalten. Das ist natürlich eine richtig geile Funktion. Muss ich boxen, meine ich sagen. Ach, und du bist wieder weg, ey. Du Mistry. Ja, ich bin ja noch ein Schöner. So. Oh, okay. Was ist das? Wir müssen uns aber übelst beeilen. Das können wir alles schaffen. Oh. Das ist das geile Level aus der E3. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay. Gut, da haben wir jetzt eigentlich alle Münzen eingesandelt. Aber das ist eigentlich auch Wurscht. So. Mensch, wer jetzt endlich hier. Okay, wir haben es dann nur noch auf 14 geschafft, ey, müssen wir mal sich vorstellen. Aber gut. Ich habe eben lange nicht mal gezockt. Ach, das ist so geil. Ich kann das nicht mehr eigentlich. So, Leute. Der nächste Level geht jetzt ab. die fisch ist bergwerk so eine blume okay wir fahren okay ich will hier runter gibt es hier irgendwo ein secret oh die zeit läuft ganz schön ab okay müssen wir uns beeilen egal ich glaube wir geben es ein secret aber ich wüsste nicht wie ich ihn jetzt erreichen soll komm her du hast mich angeguckt du hast mich rausgerufen ja vielleicht zwei mal mit ihm aber wir haben wieder ein neues item die ganze unboxing wird findet ihr auch auf diesem kanal ja mein kanal youtube und natürlich der video das besondere premium auspackt video auch hier ich glaube ich muss noch mal zurück ich glaube ich muss noch mal zurück dieses video wird aber nur in 720p ausgestrahlt hat das spiel unterstützt nur sagen warum verliere ich schon immer erst in zweiter meine ich warum nicht mit let's go ich kann sie noch mal machen das ist doch okay das geht so hat er es wie eis mache ich war aber gut auch nö scheiße ist das ja werden wir noch kleiner absehler und rüber und so komm her komm her komm her ich brauch dich yes und jetzt noch oben und wopsala was soll denn das auch nö was sollen die ganzen pilze hier leute schon wieder verloren nochmal schiefes bergwerk oh ja schief ist auf alle fälle mit gedanken ich weiß es nicht so sagt zack und jetzt geht's ab rein hier meine 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 kann ja nur mit einer unteren münzen brauch ich jetzt gar nicht das ist jetzt quatsch so ja hier hoch und jetzt zack 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 jesss so guck mal wo wir jetzt an händen gelangen aber die musik die sind nicht so was vom ur Кто kommt ja super mal wie finde ich nicht ich weiß ich mal ja gute erste münze haben wir schon mal ich will ja wohl mit den kill egal was damit hier aber wir haben ja schon genau das mit diesem jahr den brauchst du haben gelöst aber was und jetzt kommt da und 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 ja okay was haben wir jetzt hier noch zack zack ok eine rohre hoffentlich ein secret ich will wieder ein starker die münzen ja meine das ist ein bisschen ja 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 Toll! Naja, egal. So, jetzt hätten wir aber irgendwie... ...das ist noch unmöglich in Mario zu schaffen. Das ist aber üblich knapp jetzt oben. Okay. So, okay. So, okay. Ja, ich mache ja schon hin. Mama Mia. Zack. Also, der Schwierigkeitsgrad Level ist wirklich sehr hoch gestiegen, aber... ...dies schaffen wir auch. Ne! Och ne! 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 Ihr haber schon wieder verloren Das ist doch blöd Aboa, let's go! Ihr gebt nicht auf! Komm. hoch. komm her komm her komm her komm her komm ich brauche diese plattform jump over these so zack zack ach nö nö soll ich jetzt runterkommen auch sehr mysteriös hier ist der nächste Stalkon ok also eine haben wir irgendwo verloren aber es ist erstmal egal wohl die eh alle weg hier so und jetzt hoch oh yes vor allem das zweite Level nein ach nö ich hab jetzt nicht ganz naja gut ok Level beendet Leute das ist eine blöde Sache aber coole Sache also ich finde es trotzdem cool das Spiel ok das war es eigentlich erstmal vom ersten Port das sollte auch erstmal reichen guck mal die Sequenz an und ach du scheiße Bauer hat schon das Schloss übernommen und Peach wurde schon entführt und das böse Lache ist natürlich schon an den Tag ja genau das was es hier auf sich hat das werden wir im nächsten Port sehen ich verabschiede mich und tschüss Bye 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 Vielen Dank.